denn ich bin für die Vereitelung von Terroranschlägen zuständig, was nicht einer gewissen Gefahr entbehrt. Je weniger Menschen über meine tatsächliche Aufgabe informiert sind, desto besser. Mit einem satten Grollen erwacht der hochgezüchtete Motor meines Wagens zum Leben. Ich lege den Gang ein und gebe Gas, woraufhin der BMW sich zügig in Bewegung setzt. Amber und Nathan wohnen mit ihren Eltern in einer prächtigen Villa einige Meilen südlich von London. Der Vater meiner Freundin ist ein reicher Industrieller, der an der Seite seiner Tochter lieber einen Adligen als einen Geheimdienstoffizier sehen würde. Daher versteht sich von selbst, dass das Verhältnis zwischen mir und ihrem Dad nicht das Beste ist. Glücklicherweise kommt Amber damit klar, sodass dieser Umstand unsere Beziehung in keiner Weise trübt. Kennengelernt haben wir uns in einem Londoner Pub. Sie stolperte mir im wahrsten Sinne des Wortes in die Arme. Unsere Blicke trafen sich und ließen einander nicht mehr los. Mit ihren gerade einmal 22 Jahren war sie schlicht und ergreifend entzückend. Schnell begriff ich, dass die junge Frau einem kostbaren Diamanten gleichkam, den man unter gar keinen Umständen wieder verlieren durfte. Noch am selben Abend habe ich sie geküsst und seitdem sind wir unzertrennlich. Vor ein paar Wochen hat meine Süße ihr Medizinstudium abgeschlossen und wird nächsten Monat einen Job als Assistenzärztin in einer Londoner Klinik antreten. Dann können wir auch endlich unsere erste gemeinsame Wohnung im schicken Chelsea beziehen, die momentan noch renoviert wird. Ambers Eltern sind darüber zwar wenig erfreut, doch sie müssen lernen, loszulassen. Ein Hickson vom Beifahrersitz reißt mich aus meinen rosaroten Zukunftsvisionen. Unauffällig mustere ich den betrunkenen Teenager neben mir. Ambers kleiner Bruder hatte für den Abend seines 18. Geburtstags eine Kneipentour mit einem Kumpel geplant. Als sein Freund jedoch krankheitsbedingt ausfiel, war Nathan am Boden zerstört. So kam ich nicht umhin, kurzerhand einzuspringen. Offensichtlich nicht meine beste Idee. Ich darf mir gar nicht vorstellen, wie der arme Kerl am nächsten Tag leiden wird. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er mir nicht den BMW vollkotzt. Zwar handelt es sich dabei um einen Firmenwagen, aber ich will dem MI5 nicht erklären müssen, wie es zu einem derartigen Missgeschick kommen konnte. Routiniert steuere ich das Fahrzeug aus London heraus auf eine Landstraße, die zu dem Anwesen von Ambers Eltern in der Nähe von Biggin Hill führt. Als Nathan aus vollem Hals zu singen beginnt, schüttle ich ungläubig den Kopf. Na, mit dem wird seine Familie heute Nacht noch ihre wahre Freude haben. Ich beschleunige leicht, um das hier schnellstmöglich hinter mich zu bringen. Nieselregen befeuchtet die Windschutzscheibe. Zudem ist die Sicht eingeschränkt, da Nebelschwaden durch die Luft ziehen. Es geht bereits auf Winter zu, weswegen Laub die Straße bedeckt, sodass der Asphalt an manchen Stellen rutschig ist. Doch das stellt kein Problem für mich dar, denn ich kenne die Strecke wie meine Wände. Wie eine Mahogne und die Sie же machen und die die Flüge lassen. Was ist das praktisch? Also, obwohl ich die Flüge der Flüge rechtlich verlaющind 이후,